ihr braucht acht von uns fertig um diese welt zu erweitern möchtet ihr die den trauerlabyrinth zum erweitern ja das wäre nett von dir denn ich habe es angedrückt der letzten letzten port wir müssen diese welt erweitern und das tun wir jetzt auch und gucken uns was für neue pages und neue gebiete erschienen sind sozusagen los geht's so jetzt immer dann traurigungsdumpf drin ich kann mich sogar etwas erinnern was wir haben extra nutzen page ist um welt toller zu machen weitere außer der rungen warten ich will es hoffen zeigt sie mir bitte ja das habe ich mir schon gedacht dass da eine herausforderung ist aber ganz schön große herausforderungen und der letzte groß war da oben habt ihr ihn gesehen hat sich ja einiges getan also ohne das ist großartig geworden die würden was überhaupt nicht so das müsste eigentlich hier ja hier ist es doch perfekt raus hier können jetzt unsere weiteren fördern holen und wie es eine vorschau schon aussah worden das sehr sehr viele mehr fehlen uns ja noch um die 100 stück oder bis sogar ein bisschen weniger als 100 fehlen uns denke ich mir hier auf diesen stückchen locker zusammen oder das wollte ich jetzt nicht wollte jetzt keine informationen an muss jetzt mal den sprichern anschauen 123 noch 77 der eine kost war das doch mir auch noch also ein päckchen auf jeden fall im kopf wird schon abhaken das kriegt man heute auf jeden fall zusammen wenn mich erstmal zu überlegen wo muss ich lang hier oben oder unten da war es mir oben ist glaube ich am besten was haben denn hier unten schönes bis auf das fass was mich eben gerade angreifen würde nicht so ganz okay du gehst mal wieder weg aber auf jeden fall gibt es hier ein paar fehlen die ich gerne mitnehmen möchte aber das waren jetzt nicht geplant muss jetzt kurz darüber wieder fliegen und mir die eine feder zu holen die ich fast habe sozusagen knapp haben wir jetzt ein eigenes damit ja ich hoffe mal gleich nach aber die dürfen jetzt eigentlich haben ja wir haben auch was ist jedes worte tag und dann kann man dass du gerade so schön reingesummt hast das macht mich froh das was einfach nur gegner besiegen dann kriegt man page okay ist vor allem aber von mir aus das halten ein page für uns es war kein schwerverdientes aber ist egal wenigstens page hier um jetzt weitere fehler so dich erst mal killen wie soll ich das denn jetzt machen dich kann man rausziehen das ist ein besonderer grund ja ich denke schon das wird ich kann mir jetzt als nächstes rausziehen so wie es aussieht deine zwei federn holen du auf dem kopf hast ich denke da können wir das jetzt nächstes rausziehen hier oben drauf gucken da ist allerdings nichts und darüber mit zwei federn holen bisschen mehr nicht nur zwei federn ich glaube dann wenn man darüber rüber gehen da haben wir schon mal einiges hier gefunden entweder dann brauchen wir auch sehr dringend ich glaube ich habe die nächste fehler gesehen auf jeden fall noch zwei karte geht hier ab erstmal hier hoch hier oben ist ein page hier oben ist ein page die gegner dich denn man soll das so sein ich glaube nicht weil hier ist einiges an feuer und das ist das ob man da irgendwie hochkommt ich glaube ich habe gerade ein peter cheated kann das sein leute es tut mir leid es tut mir sehr leid das karten peter tippt habe mit dem reden also wie die meisten tages reden die hier nicht und wirklich erstmal hier rein was ist hier so interessant ist oder kommen wir raus beim weiteren page ich hoffe dass man es jetzt nicht der tippe helfe kapitel b hat mich hinter diesen grauenhaften plattformkurs gesteckt hier müsst schnell sein wenn ihr diesen zeitschloss öffnen wollt nach welches ging mal hin kein problem man okay ich lasse mal die dings außen vor die federn die hummer später was nicht geplant gehen noch einmal was soll das kann ich da nicht oder was wenn ich da nicht hochkam warum ich habe noch 20 sekunden zeit ich weiß nicht wie lang das neues ich gebe jetzt einfach mal gas aber okay sagte ich gebe gas was mache ich ich gebe nicht gas so wie es aber sieht nach vier sekunden noch drei zwei sekunden hatte ich übrig leute das ist echt wie ist du ich habe aber alles geschafft was ich geschafft habe jetzt muss ich halt noch mal den ganzen kurs machen um die federn zu holen die verpasst habe und vielleicht mal hier ein paar schmerlinge zu sammeln also wenn ich weiß brauche ich die noch vor allem jetzt wieder an der stelle also nicht was wir hier los war aber ich komme jetzt einmal an einwandfrei durch schmerlinge hat sich da gerade ich mich selber umgebracht oder so sagt nächstes schmerling her so ist das auch schon da einer ja mit dir war es war echt ganz schön knapp als ich das zeitschloss knappe zwei sekunden hatte ich glaube ich habe schon gedacht das packe ich nicht mehr aber doch im endeffekt das gepackt habe jetzt haben wir auch alles geholt was wir holen konnten also wieder raus hier das page ist unser du darfst es auch nichts mehr geben sofern ich weiß ich nehme mit brauchen hier mal hin ich wollte nur gucken ob da oben was ist man ich glaube hier kann man nicht untertakt oder doch doch hier hier das ist safe unten oder ja doch doch das ist safe ist was hier unten ich würde halt gerne mal kurz untertakt um zu gucken ob da irgendwas ist interessantes an links ist oder nicht ja da gibt es eine rohre die reinführt wenn das links scheidermulde ok rechtes rätsel auf jeden fall das erste jetzt ist auf jeden fall gelöst ich gehe mal davon aus hier ist eine 1 dann würde ich mal von hier ausgehen ich sehe schon das ist oh gott lasst mich in ruhe man es ist ein zeitspiel diese diese fischer sei mich in ruhe lassen bitte man ich hasse die jetzt schon wieder ja aktiv hallo aktiviert die scheiße jung ich hasse es ja komm da seid doch arschlöcher ihr zweig weil da jetzt haben wir es aber schnell hier raus mein mann mein mann vielleicht wird aktivieren hier die blase nein das darf nicht wahr sein ja das haben wir geschafft und das eigentlich relativ schnell so hier ist das nächste page versteckt scheiße scheiße darf nicht wahr sein mann nein als ob oh gott sei dank nächstes page unseres wo komme ich jetzt heraus also über mir ok gut da komme ich raus da haben wir uns ja mal kurz ein page verdient auf die schnelle art und weise oh und ein schmerzlingsherz jawohl hey brauchen wir eine sequenz mann das kriegt nämlich schon was an ok aber ansonsten ist ja nichts mehr ne ja das wollen wir uns eine page was wir machen konnten und dieses schmerzlingsherz ich nenne es einfach mal schlicht und ergreift herzcontainer es ist ja sowas wie ein herzcontainer aber wir haben es eigentlich relativ gut gelöst tatsächlich dieses rätsel so jetzt kommen wir zum rätsel mit dir äh freund wir müssen jetzt schnell hoch zu dir mein freund so und schreien da page für die ghostrider ist abgehakt danke ghostrider für das page okay was mir gegeben ab damit wird auch schon erledigt tschüss 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 gibt es hier eine verbindung jetzt und wenn ja wohin ok wieder beim buch und das ist die andere woche die noch gestoppt okay gut wir haben jetzt da wenigstens eine verbindung hergestellt wir wollen es immer kurz zwei federn ab und die knochen damit auch wieder da was hast du für ein problem hallo da gut gemacht eine welt überlebt zu haben ohne gefangen und gekocht zu werden hallo ich hatte hier draußen nicht mit anderen abenteuern gerechnet ihr könntet mir sogar helfen an meinen nächsten artefakt zu kommen eine schatze du siehst mir nicht so als wärst du mit ganzem herzen bei der sache in der hülle da ist ein wertvoller edelstein versteckt allerdings liegt er hinter dickem glas das bescheiden der forscher wie ich nicht zerstören können könntet ihr mir den edelstein bitte bringen also gegen leistung besorge ich euch ein dieser goldenen seiten die aktuell so angesagt sind okay du müde knochen wir besagen dir deinen edelstein wunderbar bringt den schatz bitte direkt zu mir sobald ihr ihn habt okay rein da also ach du scheiße ja ich sehe einiges wieder okay ich muss das ja eigentlich zerstören und mit der attacke von lady können wir sogar diesen was soll jetzt sein nebel oder so weg machen dass wir überhaupt euch was machen können unter euch was suchen können allerdings ist es auch weit aufgebraucht damit allerdings muss das mit ein bisschen energie sammeln aber wird erledigt auch wenn es sonst die rubin treibt ich sehe nichts mehr aber wir haben jetzt in den ständen schon ja ne so wie es gehört habe ausgaben sollten den edelstein schon gekriegt haben gut so muss der ausgang da das war eine einfache aufgabe geschenktes page also her damit wir haben dein edelstein meine güte und gerade als ich aufgeben und mir das nächste kumpel du suchen wollte wir haben da oben auch andere sammelgegenstände gefunden quasi als bonus was nein bitte nehmt diese goldnis geschenkt als zeichen meiner dankwertschätzung ein paar sumpfkarton haben es als serviette missbraucht ich brauche erst erstmal eine pause das ist alles zu aufregend bis später ja also pferd hierher und was meinst du bitte lady wir haben dahin wir haben sie drin was gefunden dann muss ich jetzt dann muss ich jetzt noch mal gucken ich habe da drin nichts weiter gefunden da habe ich nicht genug nachgeschaut oder hatte unrecht sondern drinnen euch mal was gefunden aber ich habe tatsächlich nichts weiter gesehen ich finde ja nichts was meintest du damit wir haben ja noch als souvenir gefunden hier drin ist nichts weiter oder übersehe ich kann wirklich was leute wenn ihr mehr wisst ob hier wirklich neues ist schreibt mir das mal bitte in die kommentare das wäre das wäre sehr sehr lieb ich finde ich finde ja auch nicht mehr das ist ja ein fucking ausgang aus der höhle ja ich habe jetzt nichts weiter gefunden wer weiß was lady gemeint hat aber leute ist da noch drin was dann schreibt es bitte in die kommentare wäre danke sehr hilfreich und nicht so zeitaufwendig das ist nur mit zu sagen wenn exe page wollen er müssen ende vom kurs erreichen der wort zeit abgelaufen außerdem exe nicht abschalten werden speichersystem auf bildschirm angezeigt ansonsten definitiv nicht bekommen page also was sagen ja ich lege los nicht vergessen exe nicht verpassen reifen sonst kein page ja das mit abschalten warum gibt mir den tipp das weiß ich auch schon so wie das nicht ich widerspiele wie solche spiele nicht zum ersten mal ach du scheiße ja okay ich weiß dass ich während dessen nicht abschalten darf werden gespeichert so will bin ich auch nicht oder meint das spiel ich bin bescheuert oh gott das wird schwer oh gott zurück oder ja wir wieder zurück oh gott hey lass mich raus extra fahr sagt kommen wieder noch ein versuch wollen ja ich komme morgen die scheiße hat mich aufgehalten genau das ist halt erstmal alle federn sollen und da haben wir damit weniger stress ja kommen es haben noch zwei oder so gefehlt nach dass es doch wüscht einfach unter nächster versuch halt uns mit seinen gelabert bitte nicht auf wir brauchen das stück weiß nicht ob es das letzte für den pot ist aber ich denke mal schon wissen wir tun muss auf jeden fall dann die nächsten pädchen stücke danke so was nicht gemeint ich habe jetzt ein bisschen mehr zeit denn weil ich mich gerade nicht auf die ganzen dings konzentriere ich muss jetzt hier kurz warten so jetzt hier das runterziehen richtig ja ja perfekt zwei sekunden übrig so was welche haben wir jetzt können wir raus wie sehr schön mal gucken was sonst hier sind noch drei federn am start die geben wir uns mal kurz das war die andere challenge sieht es eigentlich mit den federn aus wie viele haben von denen jetzt 174 also viele fehlen nicht mehr wir müssen jetzt auch noch dr pass und zu anderen dingen wir haben noch nicht alles komplett gesehen hier kann ich einfach hoch stimmt ich glaube der rest ist euch noch weiter drüben wie ich es mit dir gekriegt habe erstmal gucken wo ich da lang muss was sind die denn was sind die denn achso ne da gibt es ja noch ja ok da gibt es noch einen federmädchen habe ich gerade vollkommen gesehen warum man hat jetzt nur die augen für diese federn hier aber hier gibt es ja noch einen kompletten weg den wir nutzen müssen oder können vielleicht sind ja auch hier die restlichen 26 federn die uns fehlen ok jetzt fehlen uns ja nur noch 23 aber mal gucken wie es läuft so ok also einiges fehlt nicht mehr an federn aber erstmal die restlichen federn hier holen die ich hier noch mal finde wo ich mit plenker rede hier haben wir das mit tonikum ach und wir kommen jetzt hier wieder raus ok alles klar dr pass ist auch da vorne also einiges fehlt nicht mehr an federn ich glaube wir fehlen jetzt nur noch und die porsche oder so was bist du eigentlich da oben wie kriege ich dich da oben ab ja und jetzt moment ich habe festgehalten warum wird eine zeit angezeigt aber für was vor allem wird eine zeit angezeigt blinker kannst du mir ein bisschen was erklären bitte ach gut die gärtner sind da schon wieder neue auftrag eigentlich sind wir ja gar nicht schaut euch nur meine garten an in diesem dreck werden meine pilze nie wachsen aber wir ich mache euch einen vorschlag wenn ihr meine pilze wieder zum wachsen bringt sorge ich dafür dass ihr nicht gefeuert werdet nehmt einfach diesen samen des baums dort und steckt sie in die schlammlecher aber dann mal ran an den speck pflanzt die samen des baums da ein ja ok müssen wir es machen so wir müssen jetzt ein nehmen habe ich das richtig verstanden und hier in dieses schlamm noch rein das müssen wir mit ein dreien machen als auch mit denen da oben habe ich das richtig verstanden oha und hier rein ins schlamm noch komm schon ja perfekt ach vier jungen gibt es extra Zeit ok ich dachte schon wie soll das gehen so hier geht es durch für alles er frisst keinen federn sondern nimmt das dinge man so und jetzt hier hinter und rein perfekt so blänker was sagst du dazu jetzt war mir nicht gut nein ja das mit meinem garten ja so einigermaßen hinbekommen aber das war nicht gut verzieht euch und geht arbeiten ok ok ich wollte gerade noch sagen gegen mich noch mal unser page als belohnung aber ja das hat er uns wenigstens noch gegeben danke danke plänker warum auch immer du so unfreundlich immer zu uns bist aber egal so tonicum haben wir euch was neues freigeschaltet bei dir hey kinder seid ihr bereit ein neues tonicum anzulegen ne währenddessen kein neues tonicum so und sagen in der nächsten folge guck mal endlich wo rextro spielwinz ist weil ich für da habe ich auch komplett vergessen oha ich hätte ja eigentlich schon längst kriegen müssen weil hier bei kathos wollen wir ja schon ich weiß nicht woher das jetzt gab warum ich die vergessen habe egal nochmal wir gucken wo rextro spielwinz ist wir werden uns die verwandlung dieser welt ansehen und dann keine ahnung was machen auf jeden fall bedanke ich mich für's zu schauen wir sehen uns im nächsten part wieder bis dahin und ciao ciao und 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 und